So, heute haben wir so ein Pfefferslake vorzumachen, dafür brauchen wir ein super Rinderfilet. Saisonal ist Pfefferling, haben wir einen Pfefferling-Schnitler-Ram dazu und los geht. Schön viel Schnitler, ja, das ist immer schon leckerer Schnitler, Pfefferling und dann zusammen. Wunderbar! Wichtig, die Pilze soll nicht gesalzen werden, weil sonst kommt das ganze Wasser raus und haben wir nur Matsch. Also ganz zum Schluss Salz und Pfefferling. Bisschen Muskeln, sehr gut. Dann können wir einen Schluck Weißwein rein. Das ist für die Pfefferling-Ram, ja, Pfefferling-Sauce. Dann ein bisschen Salz. Jetzt brate ich die Pfeffer-Stack. Und das geht direkt in die Pfanne. Und das geht direkt in die Pfanne. Und das geht direkt in die Pfanne. So, drei, vier Minuten von beiden Seiten. Und das wird flambiert und damit eine Cognac-Pfeffer-Sauce. So, jetzt ist die Pfeffer-Stack schön major-rare, so wie das sein muss. Und jetzt wird alles flambiert. Die ganze Sache wird flambiert. Dafür brauche ich ein bisschen Brüte. So. Dann kommt hier Cognac rein und das wird sofort flambiert, ja. Das ist schön scharf, ja. Aber das muss auch sein. Ja, ein bisschen was da rum und ein bisschen so Cognac-Pfeffer-Sauce noch. 厚, was du sollst. Du sollst einen? Du sollst einen? Du sollst einen guten Teuf und den? Du sollst den?